Montagmorgen, der Wecker klingelt. Panik. Angst vor der Arbeit. Schon mal erlebt? Laut einer neuen repräsentativen Umfrage fürchten sich bis zu 7% der ArbeitnehmerInnen vor ihrem Job. Ungewissheit, Machtkämpfe unter KollegInnen, überwachende Vorgesetzte oder Mitarbeiterrankings. Was kann man gegen die Angst tun? Experten raten sich, die Ängste einzugestehen und aktiv dagegen anzugehen. Eine Krankschreibung kann kurzfristig zwar helfen, aber man muss ja irgendwann wieder zurück an den Arbeitsplatz und dann kommt die Panik wieder hoch. Es gibt verschiedene Angsttypen, die Sorgenangst und die situative Angst und oft merkt man den Menschen ihre Angst gar nicht an. Bei der Sorgenangst sind die Betroffenen damit beschäftigt, mögliche Probleme gar nicht erst entstehen zu lassen. Das ist auf Dauer super anstrengend, weil man kaum Erholungsphasen zulassen kann, was dann oft zu Schlafmangel führt. Was man gegen seine Ängste tun kann und wieso eine gute Vorbereitung auf den Start in die Arbeitswoche wichtig ist, steht im verlinkten Text. Was man gegen seine Ängste tun kann, was man gegen seine Ängste tun kann.